... der Königin aller Trompeten. Eineinhalb Kilo schwer, Schaltstücke und Röhre aus Platin, Wert 250.000 Mark. In Japan wurde sie gebaut und nur ganz, ganz selten darf auf ihr gespielt werden. Dass dies dann einer der weltbesten Solisten sein muss, versteht sich von selbst. Also klanglich finde ich, dass es sehr, sehr voll klingt, besonders in der Tiefe. Und es hat eine wunderbare Ansprache in der Höhe. So hoch ich spielen kann, kommen die Töne einfach. Aber das hat auch seinen Preis im doppelten Sinn, weil ich einfach viel mehr Luft brauche. Also mit einer schlechten Atemtechnik kann man die Trompete gar nicht spielen. Anlass für den ersten Auftritt der Platintrompete in Deutschland, die Präsentation von Schmuckstücken im Wiesbadener Kurhaus. Auch die aus Platin und mit Preisen bis zu 100.000 Mark nur vom Feinsten. Zu dem einmaligen Augen- und Ohrenschmaus sind 280 Gäste geladen. Kostenpunkt des Abends schlappe 25.000 Mark.